Ihr Quatsch-Basen, wir wollten noch mal ne Stille-Folge drehen. Oh, er schießt dich selbst, ist auch gut. Das war jetzt alles klar, bis der Typ wieder aufgetaucht. Marlene, erzähl uns doch irgendwas. Marlene will nicht so richtig. Oh Mann. Robin Hood macht den Tanzquass. Ey, Slow, wie gehst du weg? Und kommt denn dieses Arsch noch endlich? Wo kommst du? Ich bin schon hier und warte und das den ganzen Tag. Und das mach ich alleine, weil mich keiner mag. Komm auch du, warte mit. Ich kriegst dir nach in die Mitte. Wollt du schüttel? In die Mitte. Auf die Mitte. Keine Ahnung. Komm, mach das nochmal aus, ist ja doof. Scheiße. Okay, weg mich mal, wenn der da ist. Ich bin da super. Kann der mal gleich noch wieder links rüber wangen? Doch. Guck mal, wie der läuft, die bin aufs Klo. Du bist mal wieder hinter den Baum, hast du lange Zeit. Ja, hier, da läuft es genau. Oh Mann, was ist das für den Scheiß jetzt? Ja, ich geh damit nicht entgegen. Oh, komm mal, der da hin. So. Äh, lädt noch? Warte, bleib hier. Das mach ich jetzt ganz fast real einfach. Ja, genau. Okay. Was ist die Scheiß? Ja, die Scheiß. Ja. 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 Ja, aber wir hätten sich immer drei Minuten oder was uns an den Hund halten können. Das wäre ja nie gegangen. Nee, Gott. Aber da muss doch mal einer kommen. Nee, das wäre nicht gegangen. Oder kann ich noch mal die Witwe besuchen? Vielleicht. Hm. Ja. Die Witwe. Okay, dann gehen wir jetzt die Witwe besuchen. Genau. Wenn wir mal wechseln, dann kommen wir. Ach, na. So, wo ist die? Ja, warte ich. Oh, entschuldige. Weil ich muss sich aufs Klo. Du musst immer aufs Klo. Ich muss schützen uns rum hier. Oh, ist das Schaf? Die haben das Schaf geklaut. Der Schaf? Ja. Oh, nee, die Säcke. Da geh ich jetzt rein. Die haben ja keine Tür, wie praktisch. Nee, kannst du wagen gehen? Wie bringt das nichts? Ist doch mal Zeit, sich zu waschen. Ja, das ist aber echt leid. Okay, dann gehen wir mal einen Aussichtspunkt. Aber wo ist die Pickersack geblieben? Hm. Vielleicht geht's ja jetzt. Mit wem? Mit mir. Hahahaha. Bruder, zack. Ach, das geht's ja nicht. Ich hab ihn jetzt noch mal. Nee. Oh, Leute. Ich geh jetzt hier gleich live aufs Klo. Ja, aber wir haben ja nicht Fernsteuerung, anzuhörige Präsentation. Und das wäre total, wenn der kommt. Oh. Dann war es wieder so ein Wanderer. Keine Ahnung. Kommt doch auch sonst mal jemand? Vielleicht sollt´n wir einfach mal in unser Lager gehen. Na das sagt ja. Äh. Ach ja. Da wo es immer ist. Hier. Ja. Das ist auch keine Sau. Kannst du die tun? So, da ist jetzt auch nichts los. Ja, tu du mal. Okay. Sag mal, was ist denn jetzt los? Wir sind doch immer mit dem Aussichtspunkt weitergekommen. Vielleicht kommt da ja doch niemand. Alles Grün. Oh, das ist hier ganz gut. Geh bloß nicht. Müssen wir auch nicht. Ja. Das wird ne tolle Folge. Also, ich geh jetzt mal schummeln. Marlene schummelt live. Auch wenn es kaum erwartet. Komm, die Tröte. Das glaubt jetzt kein Mensch. Hey, da kommt doch nicht drauf. Das kann natürlich sein. So, jetzt hab ich ihn ausgezogen. Eine Ahnung. Ich würde als ehrlich im Ladekampf klicken, wenn es denn so wäre. Nein. Mein Feuerring ist groß. Ähm. Haben wir sonst noch etwas? Ne, wir haben sonst nichts. Also, wir haben hier ein Name. Ich weiß es nicht. Marlene? Ich hab keinen Plan, was wir jetzt machen müssen. Null Ahnung, null Idee. Und ich finde die Folge, die machen wir komplett nochmal neu. Du kannst es ja dann als Outtake reinstellen. Ja, genau. Ja. Als Speed-O-Matic Outtake. Ja, als Speed-O-Matic muss man alleine machen. Wie schickt ihr das? Aber mach's wieder als WMV, sonst wird's zu groß. Ohne als... Okay. So wird's ja mal alles aufzeigen, während der Aufnahme besprochen. Das ist noch besser. Ja. Ja, genau. Mach's, sag's. Und dann stelle ich das dann irgendwann ein, wenn die ganzen Folgen hier endlich mal vorbei sind. Genau. Ja, genau. Genau. Wir hoffen da. Und ja, soweit waren wir jetzt auch schon. Und dann, was passiert? Als nächstes fragen wir uns. Während die Pferdefurzen... Ähm. Wie viel Lösegeld haben wir denn jetzt, Steffi? Ist gut. 65.300. Ähm. Aber wir wissen nicht, was tun wir. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben aber dem Tag noch ein Puck in der Zeitung. Ja, das war ja auch okay, denk ich, ja. Ja. Meinst du? Sag mal, hatten wir denn auch, dass sie nach dieser, äh, siebreichen Schlacht haben, die sich da unterhalten? Das weiß ich gar nicht. Ja, das ist ja auch so. Ach so, okay, siehst du, das weiß ich gar nicht mehr. Okay, so. Und wenn wir dann aufstehen? Hm. Dann müssen wir doch auf dem Aussichtspunkt, oder nicht? Äh? Ich weiß nicht. Ah? Das ist mein schon die ganze Zeit, oder? Da passiert nichts. Nee, eigentlich schon nicht. Ist ja schon sehr gut. Nee. Ist ja noch nie passiert. Ja. Also entweder, wir haben noch die Reiche zur Auswahl. Und dann, der Weidenhain. Ja. Das Lager, da waren wir ja schon. Ja, da machen wir ja auch. Nee. Nee, nee. Hm. Weißt du, ihr Lieben? Wo wir dran sind. Genau. Bis dann. Genau. Bis dann.